Musik 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 Ich habe Angst Du darfst Hallo sagen Hallo Also, los Schmeck mich Ok, ich gehe rein Ok, was brauche ich denn? Nein, du musst jetzt wirklich überlegen Was kommt denn als erstes? Keine Ahnung, das denn? Was ist das? Was steht da drauf? Concealer? Du musst zeigen, was du benutzt Als ersten Schritt Sagen Concealer Von wo? Mac Caramel Ok NW 25 25 Auch nicht Concealer von Mac NW 25 Du schmierst immer da drunter Ok Machst immer da drunter Ich sage nichts, ich verspreche es gar nicht Du hast bei einer Pinsel und so Ja, du schmierst bei einer Pinsel und so Ja, ich habe Angst Ich habe Angst Machst du das so so Machst du das so drauf und dann so Hä? Ich sage nichts Ich sage nichts, du musst alles selber machen Ich habe Angst Aber ich habe eine schwarze Hand Hast du die Hand gewaschen? Ja Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Komm, leid sie sich da auf Ich habe einen riesen Facken Was? Ich bin jetzt noch ein Blitz Ich habe eine сделали Ich habe Angst Oh den understand Hamburg Ich habe schon in den Facken Ja ich hab mir ST conos gustierlich Ich habe dich Und jetzt? Mega hübsch. Es ist wirklich ein Make-up Artist. Das ist gar nicht so schwierig. Was machst du jetzt genau? Du musst dir sagen, was du machst. Ich mache jetzt deine Picker weg. Du musst dir sagen, was du machst genau. Verstreich jetzt das schön, ebenmässige Linge. Wo? Überall? Überall? Im ganzen Gesicht. Im ganzen Gesicht. Ah, den Concealer im ganzen Gesicht verstrikt. Seht ihr nicht eure Leidenschaft? Hey, schau mal. So habt ihr es nie anbekommen. Schaut es an. Mega geil. Hammer. 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 Ich könnte eigentlich die Videos machen. Wir gehen prüren. Wir sind perfekt. Nein. Wie ist das Gefühl? Geil. Es ist so ein Hammer. Was geht es? Ich würde sogar zahlen für das. Ich zahle mich auch. Immer. Stirn machst du nichts? Ah ja. Ich weiß nicht, die Konzepte. Das lachst du mal. Es macht Falten. Es macht Falten. Klar, dass man es den Stern einschmieren. Das lachst du nicht. Das ist eine andere Sache. Das andere ist da oben. Es gehört zu mir Konzepten. Ich will schon zeigen, was du mit dem. Also. Gesicht ist da. Und Stirn ist das. Gut. Mach weiter. Sehr gut. Das ist Trend 2.6. So ist es oder keiner. Jetzt kommt der Concealer auch noch auf die Stirn. Aber in einer Nuance heller. Schau mal das an. Die Linie. Unglaublich. Okay. Das muss ich mal zeigen. Ah, lecker. War schön. Oh je. Du bist der Beste. Schau jetzt. Zieht das rein. Hammer. Du kannst immer hellen. Ist dir wehlen. Okay, jetzt machen wir auch. Siehst du es fertig? Ja. Geil, ja. Jetzt lachst du. Mach weiter. Schau mal wie das aussieht. Hammer. Das kann doch nie so gut aussieht. Findest du dich behilfst? Sag mal. Ja, also so schlimm. Selten nicht. Nein, bis jetzt. Ja, jetzt mache ich hier Augenbrauen. Augenwimpern. Augenbrauen? Wimpern. Augenbrauen nicht? Nein. Da. Nein. Bitte. Nein. Komm jetzt. Ich kann nicht ohne Augenbrauen nehmen. Ich hilfe sogar. Okay. So, du nimmst anscheinend da aus, wenn das jetzt schon was zum Loch. Ich hilfe sogar. 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 Ich mache so deine Augen. Ah, ist so. Ich mache schlecht, ich mache nicht empfehlen. Ich mache nur Augen und libt es. Okay. ok und das alles andere würdest ignorieren? ja ok nein, jetzt musst du deine Augen sehen das ist nicht so gut wo ist das? was? das mascara? ja das kann ich nicht so stichen das schaffst du schon wir glauben alle und ich willst du eins oder drei nicht? du bist eins oder drei nicht? du bist ein Star Artist, du musst sagen also ich nehme das, wie das so eine Pelze ha 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 gute Kriterien, also los wie ein buschiger Pinkel Pfefferfarbe du darfst versuchen ok, wir haben Creep Creep? danke und jetzt ah, hier ich habe Angst ich habe Angst das ist geil äh, findest du das geil? komm ein Tier, komm du musst dir sagen, was du machst ich mache so einen geilen Effekt Pfü gefällt es euch? nein 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 was ist das? Du musst immer abklopfen, damit es nicht passiert. Oh mein Gott. Oh Gott. Aber irgendwie machst du das in der Falte, Uwe. Du hast doch mal den Schlag. Haha, ich dachte, du willst halt dann. Damit es schön verläuft nach oben, weißt du? Aha, nach oben. Okay. Das ist geil, wirklich? Oh, das ist doch Hammer, ey. So. Bist du zufrieden? Juhu. Das hat doch gut ausgegangen. Das ist geil. Also. Gut, ich bin begeistert. Schwer. Begeistert. Also kommt ein Lipps dort. Nein, jetzt wirst du doch mal vorhaben, weil wir es haben wollen. Und ich tue jetzt die Filze von da an. Scheisse. Also. Ja. Ja. So gut. Was hast du zufrieden? Hä? Was hast du zufrieden? Ja. 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 Aufschlambacc. Und du kannst mich auch noch rein lassen. Schörene. Häaah. So. знаю. Hanifax. Jetzt wird noch den Lippenstift aufgeprettet. Was nimmst du für eine Farbe? Willst du etwas Knalliges? Knalliges. Das ist nicht knallig. Doch, das ist knallig. Das ist Nude Pink. Aber schön, ich finde es schön. Ich liebe das. Was erzählst du? Maybelline New York. Welche Shades steht da unten? Unten? 105. Wieso nimmst du gerade diese Farbe? Hast du etwas dazu zu sagen? Wieso nimmst du die Farbe? Ach, wenn wir dich fragen. Oh, du bist so hartig. Was machen wir? So. Einfach die Friede zu. Sonst würdest du wie... Wie du dich riebst. Wie viel Zeit? Wie viel Zeit? Komm, ich schaff's. Wie viel Zeit? Wie viel Zeit? Wie viel Zeit? Ich schaff's. Hier ist ein Siebel. Du machst mir dann eine Rousche drauf auf den Päckchen. Ja. Also. Wo hast du Rousche? Irgendwo da. Das ist Rousche. Bist du fest? Oh, mein Liebling Krisli. Also. Das ist toll. Ist das auf der Päckchen? Zeigst du den Pinkel? Eine Päckchen? Nicht wahr? Ey, mach mit Pinseln nicht kaputt. Jetzt hat er mit allen Frauen Kälflin Herzlieferung. Da fällst du meine Lippe. Oh mein Gott. Okay, fertig. Ich finde, so kannst du an jedem Missfall Gold. Du bist so ein Legner. Vor allem 400 bis 2000. Aber man sieht Gold voll. Du hast mega Serious gemacht mit Gold. Sag es ja. Du lachst meine Anzeite aus. Aber ich mache es wirklich gut. Und. Und. Gefällt dir? Nein. Wirklich? Eine zwar für deine eigene Sachen. Findest du es? Ah, okay. Findest du gut? Findest du gut? Nein, wirklich? Findest du wirklich gut? Oh mein Gott. Hast du ja gesagt. Findest du gut? Mellengeschmack, gell? Ja. Das wolltest du machen. Also du denkst, ich soll lieber mich schminken wie immer. Oder so wie du es gemacht hast? So wie ihr es gemacht habt? Nein, jetzt meld mich. Ja, jetzt wird die Trend. Jetzt findest du schön. Und das? Tipps ab. Oh, schön. Natürlich. Natürlich. Ja. Ja. Natürlich. Okay. Ich bin geschockt. Also. Danke viel bei. Bitte. Merci. Attach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Danke. Tschüss. 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 Bend關Kimetris.